Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speichers elektrisierte Informationen. Mein Name ist Matthias und wie ihr schon an dem leicht verändernden Intro gehört habt, gibt es ein neues Format bei mir und das dreht sich ausschließlich um Informationen über die Elektromobilität aus dem Hause Skoda. Und in diesem Video sprechen wir über das wohl heißeste Thema diesen Jahres, das Update für die Bestand des Enyaqs auf ME3.0. Ich habe euch jede Menge Antworten auf eure Fragen mitgebracht. Auf geht's! Kurz ein paar Sachen vorab, bevor wir einsteigen. Erstens, ich habe hier ein improvisiertes News-Studio aus meinem Homeoffice gemacht und versucht, möglichst viel vom Hall aus dem Zimmer rauszubringen, aber ganz ist es mir nicht genug. Hier hängt zum Beispiel einfach ein Bettlaken, vor mir hängt eine Decke. Das wird in den nächsten Videos sukzessive besser. Zweitens, in meinem Homeoffice ist es dank Hitzewelle bullenwarm, entschuldigt bitte, wenn ich schwitze, passt aber ja zum heißen Thema Update. Und drittens, das ist mir besonders wichtig. Das habe ich auch in meinem Roadtrip-Video gesagt, verlinke ich euch noch mal hier oben. Als ich bei Skoda in Mladaboleslav vor Ort war, dann hatte ich die Möglichkeit bei den Interviews die zu filmen, also aufzuzeichnen oder die Kamera wegzulassen, persönliche Audionotizen zu machen und quasi zuzuhören. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Darum muss ich diese Videos, Frage- und Antwortspiel, jetzt zu Hause nachproduzieren. Warum habe ich das gemacht? Der Grund ist ganz einfach. Sie haben zu mir gesagt, wenn du filmst, dann werden wir sehr zurückhaltend sein. Dann werden wir genau auf das achten, was wir sagen. Wir werden vieles auch gar nicht sagen können, weil das geht ja live. Auf der anderen Seite, wenn du uns zuhörst, dann können wir viel tiefer in die Materie. Dann können wir dir auch viel mehr Sachen mitgeben. Wir können dir dann aber auch genau sagen, das darfst du sagen und das darfst du nicht sagen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das fair und richtig ist oder sonst was, dass ich jetzt nicht alles raus posaunen kann. Warum kann man nicht einfach alles immer offen kommunizieren? Denk da auch wirklich mal drüber nach, welcher Hersteller das denn macht. Machen das die anderen Elektroautobauer? Nein. Machen das die anderen Autobauer? Nein. Macht es Apple, macht es Google, macht es Microsoft? Kein Großunternehmen macht das. Hier geht es natürlich um Betriebsgeheimnisse. Hier geht es um Schutz von Technologien. Hier geht es um Wettbewerbsvorteile. Und solange wir noch eine kapitalistisch orientierte Wirtschaft haben, wird sich das auch nicht ändern. Damit müssen wir einfach leben. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt diesen Kontakt, wir haben jetzt diesen Draht und darum gibt es überhaupt die Infos, die es heute gibt. Und ich hoffe, dass euch das gefällt und dass es euch auch hilft, wenn auch nicht immer 100 Prozent korrekt auf den Punkt gebracht wie bei mir, sondern manchmal einfach etwas vage. Genug geredet. Wir starten mit den ganzen Themen rund um das Update und um Funktionalitäten. Welche Funktionen wir genau mit dem ME3-Update in unsere Bestandes-Enyaqs bekommen, das ist eine lange Liste. Und es bringt jetzt nichts, hier einfach eine Liste runter zu rattern. Ihr seht es dann ja nicht. Darum habe ich vor Ort ein Video darüber gemacht und vergleiche die wichtigsten und auch kleinere Sachen der ME3 mit der 0795 in meinem eigenen Enyaq. Wenn der Link jetzt noch nicht da oben ist, dann liegt es daran, dass du dieses Video siehst, bevor dieses Vergleichsvideo bei mir auf dem Kanal gekommen ist. Falls dem so ist, keine Sorge, das kommt in ein paar Tagen. Da kannst du dir das ganz genau angucken. Ich gehe auf die wirklich wichtigen Features ein und zeige die euch. Was ich euch nicht zeigen kann, weil wir Sommer haben, das sind die Verbesserungen am Thermomanagement, besonders auf den Winter hin. Das müssen wir auch im Winter vertesten. Da kann man viel drüber reden. Das bringt nichts. Im Sommer werdet ihr davon so gut wie nichts bemerken. Weiters, was hier natürlich für viele Interessantes ist, wird in Zukunft der Akku von unserem Enyaq vortemperiert, also aufgewärmt, wenn ihr die Ladesäule als Ziel angibt. Das ist besonders im Winter wichtig, damit man sofort schnelle Peak-Leistung, also hohe Ladeleistung erreicht. Es gibt ja auch Videos hier auf dem Kanal, wo das nicht der Fall ist. Ja, das Vorheizen der Batterie, wenn die Ladesäule als Station ausgewählt ist, wird kommen, aber nicht in der ME3. Ich weiß, das schockiert jetzt den ein oder anderen. Nichtsdestotrotz, das verbesserte Thermomanagement rund um die Batterie, das mit der ME3 kommt, wird uns auch im Winter helfen, schneller an den Ladesäulen zu laden, weil die Batterie wird einerseits nicht nur effizienter aufgewärmt, sondern auch viel viel schneller. Und aus dem Grund sollten wir nicht das erleben, was wir letzten Winter hatten. Im Zusammenhang mit dem Vorheizen der Batterie auf optimale Ladetemperatur kam auch oft die Frage, ob es einen manuellen Modus geben wird, wo man das also selbst im Enyaq aktivieren kann. Ich habe es vor Ort mit den Leuten von Škoda besprochen. Allerdings darf ich euch jetzt zum Zeitpunkt noch keine Antwort darauf geben. Tut mir leid. In dem Zusammenhang viel wichtiger für die meisten, was bekommen Bestand des Enyaqs nicht, was die neu gebauten Enyaqs ab KW 2.22 haben. Die Liste ist überraschend kurz. Es sind all die Funktionen, die mit den seitlichen zusätzlichen Sensoren vorne und hinten zusammenhängen. Die haben wir schlichtweg nicht und dementsprechend auch nicht die zugehörigen Funktionen. Das ist zum einen der Parklenkassistent, also dass ihr an einer Parklücke vorbeifahren könnt. Der Enyaq erkennt sie. Dann könnt ihr den Blinker da hinsetzen und dann ihn automatisiert einparken lassen. Das sind so Sachen, die wir zum Beispiel auch vom Octavia oder Superb kennen. Werden wir nicht bekommen, geht nicht ohne die seitlichen Sensoren. Das automatisierte, angelernte Parken. Also das neue Feature, wo der Enyaq über 70 Meter sich einen Weg merken kann und dann wird automatisiert eingeparkt, braucht diese Sensoren auch, werden wir nicht bekommen. Und den automatischen Spurwechsel auf der Autobahn, den werden wir auch nicht bekommen. Den gibt es auch nur, wenn man die seitlichen Sensoren hat. Und damit ist die Liste auch schon zu Ende, was diese Sensoren betrifft. Ich weiß, dass jetzt einige sagen, hey, das ist aber unfair. Ich gerate ja technologisch ins Hintertreffen. Ich sehe das mittlerweile differenzierter. Und zwar kann man das Ganze auch mit einem aktuell bestellten Enyaq weglassen. Das ist wie ein optionales Paket. Mein Test Enyaq Coupé, was ich beispielsweise in Vladabolislav hatte, das hatte die seitlichen Sensoren auch nicht. Das wollte ich extra so, weil dann macht es den Vergleich einfacher. Also statt zu sagen, ich gerate technologisch ins Hintertreffen, seht es einfach so. Eurem Enyaq fehlt einfach ein Paket, eine Ausstattungsoption. Und genau so würde ich das auch beim Verkaufen argumentieren. Eine der großen Neuerungen der ME3-Software-Version sind die Schwarmdaten. Das sind Daten, die die Enyaq und auch andere MEB-Fahrzeuge wie der ID.4 in die Cloud hochladen und miteinander teilen. Zum Beispiel über geänderte Linienführung auf der Straße, sodass der Lane Assist dort besser folgen kann. Bestand des Enyaq, die von einer älteren Version auf ME3 geupdatet werden, bekommen diese Schwarmdaten nicht. Genauso wie es auch bei den alten ID.4s der Fall ist. Der Grund dafür ist geänderte Hardware bei allen Enyaqs, die mit ME3 oder höher ab Werk ausgeliefert wurden. Nachrüstung ist hier nicht möglich. Nach den Software-Funktionen kommen wir zur Hardware. Die Frage geistert auch schon ewig rum, wird die 12 Volt Batterie ersetzt? Ja, die 12 Volt Batterie wird bei den Enyaqs getauscht. Ob weitere Hardware getauscht wird oder nicht, das hängt vom Enyaq-Modell ab. Aber in den meisten Fällen wird keine weitere Hardware getauscht, also die verbauten Steuergeräte bleiben. Es kann in Einzelfällen notwendig sein, Steuergeräte zu tauschen. Wann und wo das der Fall ist, das muss man dann sehen. Es gibt dazu keine pauschale Antwort. Für die meisten Enyaqs da draußen wird kein Hardware-Tausch an dieser Stelle stattfinden. Das Top-Thema oder der Dauerbrenner bei der Software neben dem Thermomanagement ist natürlich die Navigation respektive die Ladeplanung auf der Navigation. Die ist mit der Software-Version ME3 deutlich besser geworden und natürlich hat sie auch die korrigierten Basiswerte. Ein paar Fragen kann ich jetzt schon beantworten. Wird es auf der Karte Filtermöglichkeiten nach Leistung der Ladesäulen geben? Ja, die wird es geben. In drei Schritten. Alle größer 50 Kilowatt, größer 100 Kilowatt. Die andere häufig gestellte Frage, weil wir das in den Apps haben, ist, kann ich einstellen, mit wieviel Restreichweite oder mit wieviel Restkapazität ich an einen Zwischenlader oder eine Zwischenladestation komme und mit wieviel ich am Ziel ankommen will? Die Antwort auch hier ja. Ihr stellt allerdings keine Kapazität in Prozent ein, sondern Kilometer. Mit wieviel Kilometern wollt ihr an den Zwischenladestopp? Mit wieviel Kilometern wollt ihr an das Ziel kommen? Und die dritte Frage, die ich mitgenommen habe, war, werden weitere Ladeanbieter unterstützt? Nicht bei der Bezahlart. Da ist es nach wie vor das, was wir auch aus der Vor-ME3 kennen. Bei der Filterung auf der Karte hingegen gibt es eine neue Option, die wir jetzt noch nicht haben. Da könnt ihr wirklich sagen, alle Anbieter Ionity oder Powerpass. Und gerade die Ionity-Option ist ja auf der Langstrecke eine enorm wichtige, denn ich denke, wir können mittlerweile relativ sicher sein, dass Fern-Schnellladenetz Europas wird maßgeblich von Ionity gestaltet. Die Frage nach den Upgrade-Kits kommt auch sehr oft auf meinem Kanal und die Antwort von Skoda ist ganz klar. Nein, das ist Stand heute nicht vorgesehen. Und es hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass die Nachfrage danach eher gering ist. Und das glaube ich Ihnen auch. Seht bitte jetzt euren persönlichen Wunsch danach nicht als das, an was alle wollen. Die Mehrheit der Enyaq-Fahrer würde niemals so ein Upgrade-Kit kaufen oder bestellen. Und gerade hier auf dem Kanal haben wir natürlich sehr technisch orientierte Menschen und auch viele Enyaq-Fahrer, die das machen würden. Aber eben, wir sind hier auch nur unsere kleine Blase. Das andere, was natürlich sein kann, ist, dass die ein oder andere Werkstatt sagt, doch, wir rüsten das nach. So wie man ein Crystal Face nachrüsten kann, bauen wir Seitensensoren ein oder das Kanton-Sound-System. Das wird aber auch nicht offiziell in irgendeiner Form von Skoda unterstützt. Aber wenn ihr eine Werkstatt findet, die das macht, ja, dann könnt ihr das auch machen lassen. Aber offizielle Upgrade-Kits sind nicht vorgesehen. Mehrere Benutzer bzw. Profile. Pre-ME3 kennen wir nur das Hallo-Fahrer. Mit der ME3 kommt das. Auch hier wieder der Verweis auf das Video. Ich gebe euch einen kleinen Einblick. Ja, wir bekommen Profile. Es wird einen Gastbenutzer geben. Es wird einen Hauptbenutzer geben. Und man wird weitere Benutzer hinzufügen können. Was man dann dort alles mitmachen kann, ist Teil eines separaten Videos. Was alles zu den einzelnen Nutzern oder Profilen gespeichert wird, gucken wir uns auch nochmal im Detail an. Aber mit der ME3 bekommen wir diese Profile als einen eigenen Menüpunkt. One-Pedal-Driving One-Pedal-Driving Auch so ein heißes Thema. Nochmal kurz, was ist damit gemeint? Mit dem echten One-Pedal-Driving. Damit ist gemeint, dass man ausschließlich mit dem Beschleunigungspedal fährt. Das ist auch das, was der Enyaq jetzt mehrheitlich im Modus B macht. Allerdings, echtes One-Pedal-Driving würde bedeuten, dass der Wagen auch komplett stehen bleibt. Das tut kein ME-Bler, also auch ein ID.4 zum Beispiel, nicht Stand heute. Auch der Enyaq fährt am Ende noch mit circa 5 Stundenkilometern weiter. Wird es denn echtes One-Pedal-Driving für den Enyaq geben? Die Antwort lautet ja. Das ist ein Software-Update. Das werden alle Enyaqs bekommen, also auch die Bestandsfahrzeuge, die jetzt noch pre-ME3 sind. Und es ist geplant, das im nächsten Jahr auszurollen. Weitere Betriebsmodi oder die häufige Frage, wird es sowas wie einen Hunde- oder Dock-Mode geben? Also, dass das Fahrzeug klimatisiert und lüftet, wenn ein Hund drin bleibt und es warm ist und ihr nicht da seid. Oder der berühmte Camping-Mode, den ich mir auch so sehr wünsche. Ja, es wird weitere Modi geben. Das ist auch eine Diskussion, die man vor Ort führt. Welche das sind und wann sie kommen, ist aber hier noch komplett offen. Sie nehmen hier natürlich auch das Feedback der Community, das Feedback der Fahrer auf. Ist allerdings ein Thema, das sie durchaus intensiv diskutieren. Da wir auch hier wieder nur über Software-Update sprechen, das sind Software-Funktionen, ist die Chance hoch, dass, wenn sie es machen, es alle Enyaqs bekommen werden. Mit der Verkehrszeichenerkennung stehen einige auf dem Kriegsfuß. Das weiß ich. Ich auch. Allzu oft bekommen wir Phantommeldungen. Und der Enyaq reagiert auch recht akut darauf mit starkem Bremsen oder starkem Beschleunigen. Wird das verbessert? Ja, kontinuierlich. Aber man muss es aufteilen in zwei Bereiche. Das eine ist das, was die Kamera oben in der Mitte von eurem Enyaq, von der Scheibe erfasst. Wie gut sie das erfasst und was sie dabei ignoriert. Hier muss der Algorithmus kontinuierlich verbessert werden. Das tun sie auch. Das weitaus größere und häufigere, warum wir diese Fehler haben, sind aber die Navigationsdaten. Das heißt, in der Karte ist für den Enyaq ersichtlich, hier sollte jetzt 120 sein, auch wenn da dann 80 ist oder irgendwo war mal 30 und da ist jetzt 50. Und diese Datenbank, die kommt von einem externen Zulieferer. Da kann man Meldungen hinmachen. Da kann man auch sagen, hey, bitte passt das an. Aber es braucht halt einfach Zeit, bis das durch ist. Aber auch ihr könnt prinzipiell an Skoda melden, wenn da eine Fehlererkennung stattfindet in der Karte, sodass die Daten korrigiert werden. In der Praxis machen das allerdings natürlich nicht allzu viele Fahrer. Es ist halt leider umständlich. Warum hat es mit dem Update so lange gedauert? Skoda ist selber nicht glücklich damit. Und sie verstehen auch, dass mancher Kunde aufgeregt bis zu wütend ist und können das auch gut nachvollziehen. Und ihnen wäre es am liebsten auch schneller gegangen. Es war schlichtweg nicht möglich, einfach und alleine maßgeblich wegen Covid. Ja, die Corona-Krise hat die ganzen Testverfahren unendlich in die Länge gezogen, schwierig gemacht und von daher immer weiter, immer weiter, immer weiter verzögert. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an das Jahr 2020, 2021 mit all den Restriktionen, so unterschiedlich in all den unterschiedlichen Ländern. Und dann zu Hause bleiben und da nicht und dies nicht und jenes nicht. Dann kann man sich das bei so einer globalen Vernetzung, wie es auch bei Skoda der Fall ist, gut vorstellen. Wie heftig das sein kann. Dann verzögert es sich da mal drei Tage und da mal fünf Tage. Dann geht mal da das nicht und hier das nicht. Und zack, hast du einfach ein Problem. Die große Frage, welche Software-Version bekommen wir denn jetzt auf unsere Bestandes-Enyaqs in der Werkstatt aufgespielt. Die einfache Antwort lautet ME3. Ich weiß, dass euch das nicht reicht. Wir bekommen die ME3.0, also 3.0.0, die unser gesamtes Fahrzeug OTA, also Over-the-Air, updatefähig macht, sodass wir dann in Zukunft dafür nicht mehr in die Werkstatt müssen. Jetzt sehe ich euch schon an. Ihr wollt jetzt wissen, ja, wie geht es denn danach weiter? Die ME3.1, die kommt komplett OTA und die ist definitiv für dieses Jahr 2022 vorgesehen. Wir werden also dieses Jahr, also wir, die Bestandesfahrer, nicht nur ein Update bekommen, sondern sehr wahrscheinlich zwei und am Jahresende auf 3.1 sein. Es ist sehr wahrscheinlich, es ist nicht 100% sicher. Unglaublich aber wahr, bekommen alle Enyaq IV das Software-Update ME3 oder nicht, ist tatsächlich eine Frage, die da draußen rumgeistert. Dabei hat ja Skoda selbst schon gesagt, alle Enyaq bekommen das Update. Und das kann ich hier auch nochmal bestätigen, alle Enyaq IV, unabhängig des Modelljahres oder ihrer Konfiguration, bekommen das Update auf die ME3. Natürlich nicht alle Funktionen. Das habe ich ja auch schon erwähnt im Video. Das ist abhängig von der Hardware. Aus dem Grund gibt es ja beispielsweise wegen den fehlenden Seitensensoren auch keinen Park Assist oder kein trainiertes Parken und auch keinen automatischen Spurwechsel und auch wegen Hardware-Inkompatibilitäten keine Schwarmdaten. Aber das Update auf die ME3.0, das bekommen alle Enyaq IV. Die Frage aller Fragen. Wann ist es endlich soweit? Wann findet dieses Update statt? Ich formuliere es einmal so. Das Update kommt weit vor dem Winter 2022. Also bald. Ich sehe es schon wieder. Das reicht euch nicht. Gut, ich werde etwas genauer. Das Update kommt vor dem Ende des Sommers. Also sehr bald. Ich darf euch das genaue Datum und den genauen Zeitpunkt nicht nennen. Aber es ist sehr bald. Wem das nicht reicht und der jetzt sagt, hey, das ist ja überhaupt nur dahergeschwafelt, wartet ab. Skoda wird das veröffentlichen und dann, dann könnt ihr mich entweder Lügen strafen, dass ich hier sowas gesagt habe wie gerade, oder ihr merkt, obwohl ich kein Datum genannt habe, habe ich ziemlich gut gelegen. Der Ablauf des Updates, nun teilen wir das mal in ein paar Schritte ein. Das Ganze wird damit anfangen, dass ihr einen Brief von Skoda bekommt, wo man euch das mitteilt. Es wird dazu auch immer eine Länderorganisationsspezifische Webseite geben. Also Skoda Deutschland, Skoda Schweiz, Skoda Norway, Skoda Tschechien machen ihre eigenen Webseiten, wo sie euch auch informieren. Und die Händler werden euch kontaktieren. Jetzt kann es natürlich trotzdem passieren, dass trotz all dem euch der Händler nicht kontaktiert. Sobald Skoda veröffentlicht hat, ab wann es losgeht, könnt ihr natürlich auch jederzeit auf den Händler zugehen. Besonders, wenn ihr es eilig habt. Wichtig an der Stelle, das Update auf die ME3 wird von den jeweiligen Länderorganisationen von Skoda organisiert. Und deswegen wird es in manchen Ländern, wo weniger Enyaqs verkauft wurden, nach dem First-Come-First-Surf-Prinzip funktionieren. Also alle werden aufs Mal eingeladen. Und in anderen Ländern mit großem Volumen, dort wird man andere Verfahren anwenden und das Ganze in Wellen machen. Was in welchem spezifischen Land gilt, kann ich euch leider einfach nicht sagen. Weil ich habe einfach als kleiner YouTuber nicht die Chance, jede Länderorganisation anzufragen, wie sie denn vorgehen wird. Insofern kann ich die Frage länderspezifisch nicht beantworten. Aber hey, wir alle wissen ungefähr, wo die großen Volumenmärkte für Skoda sind und wo das dann wahrscheinlich geordnet nach Wellen funktioniert. Wie die Wellen dann organisiert werden, zum Beispiel die ältesten Enyaqs zuerst oder nach Fahrgestellnummer, kann ich euch dementsprechend leider auch nicht sagen. Für die meisten von euch, es kommt doch wirklich nicht auf zwei oder drei Wochen jetzt noch an. Von daher, wir werden alle dieses Jahr auf ME3 fahren. Stresst euch nicht, aber wenn es halt wirklich eilig ist für euch, ja, dann wartet ab, bis ihr kontaktiert werdet von Skoda mit dem Brief, oder bis es offiziell veröffentlicht wurde und wendet euch direkt an den Händler eures Vertrauens. Vergesst aber auch nicht, die Werkstätten brauchen dafür ein bisschen Kapazität. Wenn da also so ein Riesenrush in irgendeiner großen Enyaq-Metropole stattfindet, dann kann es halt einfach sein, dass ihr ein bisschen warten müsst. Natürlich, ich sehe euch das schon an. Die Frage lautet jetzt ja, wann kommt denn die Pressemitteilung von Skoda? Kann ich euch einfach nur sagen, sehr, sehr bald. Oder jetzt haben wir bald, sehr bald, sehr, sehr bald. Da kommt ein Video, da kommt eine Pressemitteilung, da kommen auch ein paar Bilder. Und ab da wisst ihr, jetzt geht's los. Das soll es dann auch für dieses erste Informationsvideo schon gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn du künftig keine solcher Informationen mehr verpassen möchtest, dann abonnier bitte diesen Kanal. Nur circa 20 oder 21 Prozent meiner Zuschauer haben ein Abo auf dem Kanal. Und das geht doch garantiert besser. Das Abo ist für dich vollständig gratis. Und mir hilft es einfach, dass meine Videos besser bei Google eingelistet werden, dass sie mehr gesehen werden und dass ich somit auch größere Reichweite bekomme. Wenn deine Unterstützung noch weitergeht, weil dir dieses Video wirklich geholfen hat oder ein bisschen Vertrauen zurückgeschenkt hat oder was auch immer, dann freue ich mich über eine Spende bei Paypal. Der Link ist unten in der Beschreibung. Oder benutze doch das Superthanks, das ist das Herz mit dem Dollarzeichen unter dem Video von YouTube. Ich würde mich freuen, aber ich freue mich auch über ein Abo, über einen Daumen nach oben oder einfach, dass du nur mein Video geschaut hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ja, und dann sehen wir uns sicher im nächsten Video. Und bis dahin, bleib energiegeladen!